Sehr geehrter Herr Ingenhofen, sehr geehrter Herr Staatssekretär Gaul, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Sächsischen Akademie der Künste begrüße ich Sie zur Verleihung des Semperpreises 2019. Stabilität, Nützlichkeit sowie Anmut und Schönheit nannte Vitruv, der römische Architekt im ersten Jahrhundert vor Christus, die drei Prinzipien der Architektur. Und diese nannte er die Mutter aller Künste. Bei aller Liebe zur Musik und dem getanzten, gesungenen und gesprochenen Wort, ich bin geneigt, Vitruv beizupflichten. Keine andere Kunst greift so direkt ins Leben der Menschen ein wie die Baukunst. Und deshalb ist uns, den Mitgliedern der Sächsischen Akademie der Künste, dieser Preis so wichtig. Preisverleihung, meine Damen und Herren, sind Momente des Innerhaltens. Momente, in denen wir uns den Stand der Kunst vor Augen führen. Es sind Momente, die Geschichte speichern. Es sind dies zugleich Momente des Ausblicks, in denen wir durch die Wahl des Preisträgers Stellung beziehen und zeigen, was die Akademie für zukunftswürdig erachtet. 2019 also Christoph Ingenhofen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt auf ein elektronisch übermitteltes Grußwort von der ersten Staatssekretärin im Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, Frau Anne-Kathrin Bohle. Einen wunderschönen guten Abend von der Bauministerkonferenz Ihnen nach Dresden. Ich bedauere es sehr, dass ich heute Abend persönlich nicht bei Ihnen sein kann, wenn der diesjährige Semperpreis der Sächsischen Akademie der Künste verliehen wird. Als Architekt den Semperpreis zu erhalten, ist eine ganz besondere Auszeichnung. Denn die Kriterien, die Ihnen ganz persönlich wichtig sind, die uns für Architektur, für Baukultur und Stadtentwicklung wichtig sind, das sind Kriterien, die heute aktueller sind denn je. Von Beginn an ging es Ihnen, der Sächsischen Akademie der Künste, darum, innovatives, interdisziplinäres, umweltgerechtes Bauen bei zugleich höchster, höchster baukünstlerischer Qualität zu würdigen. Ästhetik, Bauqualität, Nachhaltigkeit – es sind keine Gegensätze, sondern sie werden im Zusammenhang gesehen und ausgearbeitet. Insbesondere von Persönlichkeiten, die mit dem Semperpreis ausgezeichnet wurden und werden. Und gerade das gilt für den heutigen Preistäger Christoph Ingenhofen. Ihre Kompetenz in der nachhaltigen Planung und Realisierung von Hochhäusern ist bei den aktuellen Urbanisierungstrends und den Nachverdichtungsbestrebungen weltweit von ganz besonderer Bedeutung. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sächsischen Akademie der Künste, fühlen Sie sich aufgrund der aktuellen Fragestellung und der Notwendigkeiten auch in Zukunft ermutigt, mit Ihrem, mit dem Semperpreis herausragende und ökologisch ausgerichtete Initiativen, Konzepte und Arbeiten von Planern und Architekten auszuzeichnen. Ihr Preis und die Ausrichtung Ihres Preises ist aktueller denn je. Wir brauchen diese guten Beispiele und Initiativen wie diese, um alleine schon bereits die öffentliche Wahrnehmung für verantwortungsbewusstes Planen und Bauen zu stärken. Und um Menschen, die querdenken, unbequem sind, immer den Blick nach vorne richten, so wie Christoph Ingenhofen in ihrer Arbeit und bei den innovativen Projekten, die sie angehen, zu unterstützen. Verehrte Anwesende, lieber Preisträger, mir fällt die Aufgabe zu, das Votum der Jury des Semperpreises zu begründen. Die Jury, die aus Holk Freitag, Engelbert-Lütke-Daldrup und mir bestand, trug den etwas sperrigen Namen Findungskommission. Der 1960 geborene Christoph Ingenhofen steht wie kein zweiter deutscher Architekt für eine Architekturästhetik, die kompromisslos aus einem besonderen ökologischen Anspruch abgeleitet wird. Ingenhofen bestreitet oft als erster neue Wege. Sein RWE-Hochhaus in Essen war das erste deutsche Hochhaus mit einer Doppelfassade zur natürlichen Belüftung der Büroräume. Oft können die Bauten als Demonstrationsobjekte verstanden werden. Das Rathaus in Freiburg im Breisgau ist als Plus-Energiegebäude konzipiert, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Die heutigen technischen Möglichkeiten werden eingesetzt, um weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zu gehen. Ein öffentlicher Bau wird zum Vorbild. In Singapur entstand mit dem Marina One ein riesiger Büro-, Wohn- und Geschäftskomplex, dessen Besonderheit nicht so sehr in der üblichen Nachhaltigkeitszertifizierung, sondern vielmehr im für Singapur untypischen Konzept der baulichen Verdichtung besteht. Beide Bauten, so unterschiedlich sie sein mögen, bieten eine Zukunft an, wie das Leben der Menschen weitergehen könnte. Mit der Verleihung des Semperpreises 2019 an Christoph Ingenhofen wird ein herausragender deutscher Architekt gewürdigt, dessen beeindruckendes architektonisches Oeuvre auf einem ganzheitlichen Denken im nachhaltigen Bauen basiert und dessen Verständnis vom Umgang mit den natürlichen Ressourcen vorbildhaft ist, was sich weltweit in seinen errichteten Bauten manifestiert. Soweit die Jury. Der Semperpreis 2019 verliehen durch die Sächsische Akademie der Künste an Christoph Ingenhofen in Würdigung seiner über Jahrzehnte wegweisenden baukünstlerischen Leistungen innovativer Baukultur unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Verträglichkeit. Dresden am 26. September 2019. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 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 Danke. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Ära des Verdrängens. Des Verdrängens, der schon lange Zeit am Horizont heraufziehenden und schlange klar erkennbaren Probleme wie der Erderwärmung, des rapiden Bevölkerungswachstums, der Überalterung unserer deutschen Gesellschaft, des weltweiten Fehlens von Trinkwasser oder der Verschmutzung der Meere, der Seen, der Flüsse mit Plastikmüll aller Größenordnungen. Und wenn ich Ihnen jetzt noch zusätzlich auflässe, dass das Bauschaffen für nahezu 60 Prozent des Ressourcenverbrauchs steht, für nahezu 60 Prozent des Massenmüllaufkommens, für 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, dass bei der Herstellung von Zement mehr CO2 emittiert wird als vom gesamten Weltluftverkehr. Dann erkennen Sie die überaus große Verantwortung, aber auch den gigantischen Hebel, den die Bauschaffenden zur Beeinflussung unserer zukünftigen Lebensmöglichkeiten haben. Es ist Christoph Ingenhofen wie kaum einem anderen gelungen, seine architektonische Haltung konsequent zu entwickeln und sie räumlich, stadträumlich, materiell und technisch so umzusetzen, dass gebaute Heimat in unverwechselbarer architektonischer Handschrift entsteht. Gebaute Heimat, die den Menschen umschmeichelt und die ökologisch verantwortbar ist. Avancierte Lösungen im Bereich der tragenden Konstruktion, im Bereich der Fassade, ebenso wie stets avancierte Lösungen im Bereich der Gebäudekonditionierung, also Heizen, Kühlen, Lüften, alles unter der Zielsetzung einer minimierten Auswirkung auf die Umwelt und die Atmosphäre. Bei gleichzeitiger Steigerung der Aufenthaltsqualität im Inneren, aber ich korrigiere mich, bei Christoph Ingenhofens Gebäuden sollte man eigentlich nicht diesen spröden Begriff Aufenthaltsqualität verwenden. Seine Gebäude geben viel mehr. Sie beherbergen, sie umhüllen, sie umsorgen, sie umschmeicheln. Was will man mehr? Die Sächsische Akademie der Künste hat Christoph Ingenhofens heute mit dem Semper-Preis geehrt. Keiner, meine Damen und Herren, mit großem Abstand zu allen anderen, keiner, hat diesen Preis heute mehr verdient als Christoph Ingenhofens. Vielen Dank. Ich bin doch gar nicht sicher, wie ich mich dieser Loblieder sozusagen würdig erweisen soll. Ich kann jetzt eigentlich nur versuchen, Ihnen vielleicht einen Einblick in unsere Gedankenwelt, unsere Projekte zu geben, was uns so beschäftigt. Die Städte sind notwendig. Sie können auch eine sehr sinnvolle Unterbringung von Menschen sein. Sie überrepräsentieren aber sowohl ökonomisch als auch emissionstechnisch sozusagen ihre Fläche und ihre Bevölkerung ein Vielfaches. Wenn man sich vorstellt, dass der allergrößte Teil, also hier wird von 80 Prozent gesprochen, der CO2-Emissionen auf 3 Prozent der Erdoberfläche produziert werden, könnte man vielleicht auch umgekehrt sagen. Da müssen wir uns um unsere Städte kümmern. Der Rest scheint gar nicht so bedürftig zu sein. Ja, es gibt europäische Städte, hier ist Barcelona als Beispiel, die eine extrem hohe Dichte bereits haben, obwohl sie kein einziges Hochhaus haben, jedenfalls nicht in der Innenstadt. Also es ist auch nicht unbedingt so, dass nur Hochhäuser die Lösung aller Probleme wären. Es gibt also Städte, die wir als sehr lebenswert empfinden, sehr lebenswert empfinden und die dennoch fast alle die Voraussetzungen erfüllen, die wir uns in einer Stadt in Zukunft wünschen. Fußläufige Erreichbarkeit aller Einrichtungen der Innenstadt, die 20, 30 Minuten Radien, Dichte, gemischte Nutzung, all die Dinge, die wir hier finden. Ja, also das geht nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Das sind alles Beispiele, die uns zeigen, was wir gemacht haben eigentlich die letzten 20, 30 Jahre und was sicherlich keine Zukunft hat. Also werden wir die Welt wieder begrünen müssen. Das ist zumindest keine Wiederbegrünung, sondern das ist eine existierende Allee, einfach von oben. Man sieht, welche enorme Biomasse Bäume in eine Stadt bringen können. Und wir müssten sicherlich jede Gelegenheit ergreifen, unsere Städte zu, unsere Häuser, unsere Anlagen, unsere Straßen zu begrünen und zu regreenen. Ja, das Hochhaus zu zivilisieren ist sicher ein Anliegen, das unser Büro bewegt. Warum? Ein Überleben auf diesem Planeten ohne Hochhäuser ist nicht möglich. Diese Dichte zu erzeugen ist ohne Hochhäuser weltweit nicht möglich. Das mag uns aus unserer Perspektive in Mitteleuropa lässlich erscheinen, ist aber, sagen wir mal, angesichts von Hunderten und Tausenden von Hochhäusern, die in chinesischen Großstädten gebaut werden, eine obsolete Haltung, die sich nicht durchhalten lässt. Und es hilft uns nichts, wir werden diese Häuser zivilisieren müssen, also zu menschlichen Behausungen brachen müssen. Hypercities sind unsere Zukunft, die werden dann noch größer sein, die werden dann 50 und 100 Millionen Einwohner haben. Und für die brauchen wir auch soziale Organisationsformen, die funktionieren. Wir sollten etwas zurückgeben, wir sollten alles das zurückgeben, was wir nehmen. Und das in physischer und auch sozialer Hinsicht. Wir haben Häuser gebaut, bei denen komplette Erdgeschosse aufgestellt und öffentlich sind. Selbst in einem superkapitalistischen Umfeld wie dem Central Business District von Sydney ist das möglich. 100 Prozent der gesamten Grundstücksfläche ist dort öffentlich zugänglich, Tag und Nacht. Das machen Bauherren gerne, das muss man gar nicht erkämpfen, man muss sie vielleicht ein wenig überzeugen. Aber unsere Erfahrung ist, sie darauf ansprechen, reicht schon oft. Denn niemand von denen, mit denen wir bis jetzt zusammengearbeitet haben, hat auf diese Frage einfach mal Nein gesagt. Das gibt es einfach nicht. Ja, dass wenig keineswegs wenig sein muss, sieht man an diesen Beispielen. Sie sind mir in der Kommunikation über unsere Projekte ein Beweis dafür, dass menschengemachte Dinge sehr, sehr schön sein können, wenn sie nur das sind und aus dem gemacht sind, was die pure Notwendigkeit ist. Also ich glaube, man muss überhaupt keine Angst haben davor, das Mögliche wegzulassen, weil am Ende dieses Prozesses des Weglassens etwas sehr Schönes übrig bleibt, solange man genau studiert, was man braucht, wofür man es braucht und was der Funktion und den Möglichkeiten dieses jeweiligen Gegenstandes oder Projektes oder architektonischen Ensembles entspricht. Und so ist der Bahnhof Stuttgart zustande gekommen, quasi aus der Grundidee dieses sehr einfachen Seifenknotens, könnte man sagen, dieser Schlinge. Und so ist die Idee entstanden, die tiefliegenden Gleise nicht mit einem Hochbau zu überdachen, sondern mit einem ebenfalls tiefliegenden Gebäude, das mit dieser begrenzten Höhe von zwischen 8 und 12 Metern versucht auszukommen. Und das bedeutet natürlich, eine Konstruktion zu entwickeln, die diesen Raum eben bestens ausnutzt und das eben in einer überzeugenden Form tut. Wir müssen dabei mutig sein. Ich weiß, dass das ein umstrittenes Beispiel ist, aber ich habe seit meines Lebens die Leute bewundert, die die Entscheidung getroffen haben, diese Brücke zu bauen. Und ich habe auch immer bewundert, dass ein Ingenieur, der es nämlich war, entschieden hat, dass sie rot wird. Und sie ist wunderschön, also es funktioniert, es geht. Und ja, das ist auch eine Entscheidung, die ich bewundere, wie jemand als New York noch von zwei bis drei geschossigen Gebäuden bestimmt war, entschieden hat, dass diese gewaltige Fläche nicht bebaut wird. Das ist genau der Weitblick und der Mut, den man sich heute wünscht, um ein wenig von der Kleingeistigkeit und von den Schwierigkeiten wegzukommen, die man so hat. Ja, wir wollen die Autos loswerden, wir werden die Fußgänger bevorzugen müssen. Wir sollten nicht vergessen, dass das Leben eigentlich zwischen den Gebäuden stattfindet und die wichtigen Räume ebenfalls. Wir könnten die Straßen den Leuten zurückgeben, wir könnten das Erdgeschoss öffnen und wir müssen die Städte weiter verdichten und dabei fröhlich bleiben. Wir könnten auf dem Dach unser Gemüse pflanzen, was einige schon tun. Und wir könnten die Früchte teilen und wir müssen dafür mehr als nur die Dächer begrünen. Ich mache jetzt Schluss mit einem Zitat von jemandem, der von seiner Funktion her eigentlich verdächtig sein müsste und den Greta Thunberg sicherlich verdächtig gefunden hätte. Das ist der amerikanische UN-Botschafter des Jahres, ich müsste gucken, 1966, 65, der Ihnen diese Botschaft gibt. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.